Liebe Eltern, leider können in diesem Jahr pandemiebedingt die Vertreter der Orientierungsstufen der Gymnasien nicht an ihren Informationselternabenden für die weiterführenden Schulen teilnehmen. Daher haben wir uns überlegt, ein kurzes Erklärvideo Ihnen zur Verfügung zu stellen. Bei einzelnen Fragen wenden Sie sich bitte erstmal an Ihre Grundschullehrerinnen und Lehrer und im speziellen Fall kann man sich sicherlich gut über die Homepages der einzelnen Schulen in Lübeck informieren. In diesem Video geht es jetzt darum, einmal den Aufbau des Gymnasiums, die Fächer und auch einen Vergleich anzustreben. Was ist der Unterschied zwischen einem Gymnasium und einer Gemeinschaftsschule? Und dies versuche ich Ihnen jetzt in einer kurzen PowerPoint-Präsentation, die mit dem Text besprochen wird, zu erläutern. In Lübeck gibt es genau sieben Gymnasien. Wir haben das K. Jakob-Burkert-Gymnasium, die Ernestinenschule, das Johannäum zu Lübeck, das Trawe-Gymnasium, die Thomas-Mann-Schule, die Oberschule zum Dom und das Katharinäum. Und diese sieben Gymnasien verteilen sich wie folgt im Stadtgebiet. Im inneren Stadtkern finden Sie die Ernestinenschule, die OZD, das Johannäum zu Lübeck und auch das Katharinäum zu Lübeck. In St. Lorenz-Nord mit dem Einzugsgebiet Richtung Rheinfeld und so weiter ist das K. Jakob-Burkert-Gymnasium. Auf St. Gertrud finden Sie die Thomas-Mann-Schule und in Küknitz befindet sich das Trawe-Gymnasium. Wie ist die Struktur an einem Gymnasium? Am Gymnasium ist eine wesentliche Unterscheidung zur Gemeinschaftsschule, dass wir eine sogenannte Orientierungsstufe noch haben. Ich selbst bin Orientierungsstufenleiter am Katharinäum und diese Orientierungsstufe umfasst halt die Klassenstufen 5 und 6. Danach folgt eine Mittelstufe, die die Klassenstufen 7 bis 10 umfasst und danach noch eine dreijährige Oberstufe mit einer Einführungsphase und den beiden Qualifikationsphasen. Sie sehen auch hier nochmal die Stunden, die in den Klassenstufen unterrichtet werden. Das sind also die Gesamtstunden. Keiner hat also pro Woche 57 Stunden, sondern meinetwegen einmal 28 und im anderen Jahr 29 und so verteilt sich das hier auch. Da bitte auch nochmal ganz genau zugucken auf den Homepages der einzelnen Schulen. Das wird durchaus unterschiedlich gehandhabt. Aber die Gesamtstundenzahl ist sehr ähnlich diesen Werten, die hier stehen. Ein wesentlicher Unterschied zur Gemeinschaftsschule ist halt, dass wir hier eine echte Stufe drin haben und diese Stufe muss durch eine Versetzung dann erstiegen werden, sage ich mal. Dementsprechend wird am Ende der Orientierungsstufe auch immer nochmal geguckt, ist das Kind, was im Einzelnen betrachtet wird, wird jetzt aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer, die sie unterrichtet haben, dann in der Lage, in der Mittelstufe erfolgreich weiterzuarbeiten. Wenn das bejaht wird, wird aufgestiegen in die Mittelstufe. Wenn das verneint wird, dann wird tatsächlich schräg versetzt zur Gemeinschaftsschule. Da komme ich aber später auch nochmal zu. Wichtig ist, sich dabei zu fokussieren auf die eigentliche Aufgabe des Gymnasiums. Und das sehen Sie auf dieser Folie ganz schön. Das Gymnasium vermittelt nämlich nach Begabung und Leistung geeigneten Schülerinnen und Schülern eine allgemeine Bildung, die den Anforderungen an die Abiturprüfung für die Aufnahme eines Hochschulstudiums oder eines vergleichbaren Berufsausbildungs entspricht. Das steht so in der Schulartverordnung der Gymnasien und das bedeutet auch, dass wir eine zielhomogene Gruppe haben. Und zielhomogen bedeutet, dass alle das gleiche Ziel haben, nämlich, das ist zwar ein großes Ziel und es ist auch am Ende des Weges, aber das haben Ziele nun mal so an sich, nämlich das Abitur am Ende. Daraus resultiert dann auch ein zielhomogener Unterricht. Das heißt, wir orientieren uns am Gymnasium natürlich unter Beachtung der individuellen Voraussetzungen der Kinder an gemeinsamen inhaltlichen Zielen. Ebenso gibt es eine frühe fachwissenschaftliche Orientierung. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in den Fächern Geografie, Geschichte, Physik tatsächlich in diesen Fächern unterrichtet wird und nicht Naturwissenschaft oder Weltkunde oder ähnliche Konstrukte. Und, das ist auch ein wesentliches Ziel, ist eine breite allgemeine Bildung, die durch die Schwerpunkte in den Fächern Deutsch, Mathe und den Fremdsprachen, aber natürlich auch in allen anderen Fächern verpflichtend unterrichtet wird. Kommen wir zu den Fremdsprachen. Die Kinder haben in der Grundschule auf jeden Fall alle Englisch gehabt und damit starten auch eigentlich fast alle Schülerinnen und Schüler in Lübeck. Zu den Sonderfällen komme ich gleich nochmal. In der fünften Klasse wird also Englisch unterrichtet und das macht auch jedes Gymnasium so. Die zweite Fremdsprache beginnt jetzt dann am Gymnasium in der siebten Klasse und dort kann dann in der Regel gewählt werden zwischen Französisch oder Latein. Manchmal gibt es da auch noch speziellere Sprachen. In der neunten Klasse kommt dann die dritte Fremdsprache hinzu und das, was hier jetzt steht, ist nicht ganz richtig mehr. In der Oberstufe sind im Profil drei Fremdsprachen verpflichtend, im sprachlichen Profil. Daran wird gerade gearbeitet. Es gibt zum nächsten Jahr eine neue Oberstufenreform und dort wird dieses wahrscheinlich nicht mehr so drinstehen. Das heißt, wenn Ihre Kinder irgendwann in die Oberstufe versetzt würden, ist diese Verpflichtung zu drei Fremdsprachen wahrscheinlich nicht mehr vorhanden. Aber unabhängig davon wird das sicherlich noch angeboten werden. An vielen Gymnasien wird auch in der neunten Klasse anstelle von der dritten Fremdsprache werden da andere Wahlpflichtkurse angeboten. Kommen wir aber in der nächsten Übersicht auch schon, glaube ich, gleich drauf. Hier nochmal der Überblick für die Fremdsprachen. In der fünften Klasse, sagte ich gerade, haben wir Englisch als erste Fremdsprache in der Regel. Es gibt zwei Spezialschulen. Die eine ist das Katharineum und die bietet Latein als erste Fremdsprache an. Wenn Sie hierzu genauere Informationen wollen, gehen Sie bitte auf die Homepage des Katharineums. Und die OZD, die bietet Französisch als erste Fremdsprache an. Und gleiches gilt für die OZD. In der siebten Klasse Latein oder Französisch. Hier Spezialangebote Spanisch als zweite Fremdsprache am Johannium und am Karl-Jakob-Burka-Gymnasium. Und natürlich dann, wenn Sie hier Latein hatten am Katharineum, ist es dann jetzt Englisch als zweite Fremdsprache. Und in der neunten Klasse haben Sie dann noch eben die Umdrehung für die dritte Fremdsprache, Französisch oder Latein oder eben auch Spanisch, je nachdem, ob das angeboten wird. Auch hier ein Spezialfall noch. Kommen wir zu den weiteren Fächern. In den Naturwissenschaften wird, wie ich gesagt hatte, in den Fächern unterrichtet. Und Biologie, Geografie werden voneinander getrennt unterrichtet, logischerweise. Aber es ist eben auch kein Naturwissenschaftsunterricht, der dann alles umfasst, sondern in dem Fach Biologie wird unterrichtet. In der sechsten oder siebten Klasse kommen dann Physik oder Geschichte hinzu. Und in der achten, neunten, je nachdem, wie das in den entsprechenden Schulen gehandhabt wird, folgt dann Chemie, Wirtschafts- und Politik. Und WPU, das hier WPU ist ein Wahlpflichtunterricht, sagte ich ja eben schon. Wie bei der dritten Fremdsprache kann es auch sein, dass man da zum Beispiel physikalisches Experimentieren oder Darstellendes Spiel oder andere Dinge, die auch genauso spannend sind und auch gleichgewichtet sind, wie die dritte Fremdsprache dann dort unterrichtet. Dort bitte in den einzelnen Schulen nachfragen, was es da gibt. Zusätzlich zu diesem Fächerkanon gibt es dann noch die Fächer Musik, Sport, Kunst und Religion beziehungsweise Philosophie. Wie wird an den Gymnasien pädagogisch gearbeitet? Man muss dazu sagen, dass das Bild der Gymnasien vielleicht in den letzten Jahren noch immer falsch geprägt ist. Es ist keine reine Lernwerkstatt, wo ein Trichter befüllt wird und wo hinterher ganz schlaue Leute rausgehen, sondern es ist ein pädagogisches, ein freundliches Miteinander. Mit viel Gruppenarbeit und mit vielen verschiedenen Methoden arbeiten wir tatsächlich auch am Gymnasium. Das nur vielleicht vorweg. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer Kinder, die auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, in dem denn doch zielhomogenen und rechtzügigen Lerntempo dann immer mitzuhalten. Und für diese Kinder gibt es zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten, die eben bei Schwierigkeiten auch greifen. Förderkonzepte hat jedes Gymnasium geschrieben. Auch da gucken Sie bitte sich das nochmal genau bei den einzelnen Schulen an. Ich sagte gerade schon, natürlich hat das Gymnasium ein zügiges Arbeitstempo, denn letztendlich haben wir alle das gleiche Ziel und das muss in einer gewissen Zeit erreicht werden. Unterrichtsformen sind vielfältig. Nicht nur, wie man glaubt, aus der eigenen Jugend vielleicht zurückerinnernd das wahrgenommen zu haben, nur Frontalunterricht, sondern Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Es werden Referate gehalten, es werden Theaterstücke aufgeführt. Es wird ganz, ganz viel gemeinschaftlich auch erarbeitet. Alle Gymnasien in Lübeck haben auch einen offenen Ganztagsbetrieb, ein breites AG-Angebot am Nachmittag und natürlich auch ein Mensabetrieb, sodass das Kind auch dort jeden Tag mit einem vernünftigen Essen versorgt wird. Darüber hinaus muss man sagen, das passt so ein bisschen in der Farbe Grau jetzt hier auch zu dem zügigen Arbeitstempo. Es ist ab der fünften Klasse auch ein tatsächlich hohes fachliches Niveau, unter dem unterrichtet wird. Und natürlich versuchen wir nicht nur die Schwächeren zu fördern, sondern auch die besonders Begabten zu fordern. Und natürlich kann eine Fördermöglichkeit sein, eine Klassenstufe zu überspringen. Da gibt es aber ganz, ganz viele individuelle Möglichkeiten, auch noch dazwischen etwas anderes zu machen, um den Kindern sozusagen den Schulalltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Kommen wir mal zum Stundenplan einer fünften Klasse. Hier ein Beispiel einer beliebigen Schule, die 28 Stunden im fünften Jahrgang anbietet, im klassischen 45-Minuten-Takt. Sie sehen hier schon, dass die meisten Stunden im Doppelstundenblock angelegt sind. Und die Fächer, die jetzt stehen, die sind natürlich in gewisser Weise festgelegt, in gewisser Weise auch noch frei von Schule zu Schule verschieden. Aber die Grundanzahl der Stunden Mathe, Deutsch, Englisch, die werden im Wesentlichen ähnlich oder fast gleich sein. Ob das jetzt dann Biologie hier ist oder vielleicht eine andere Naturwissenschaft, die vielleicht schon in fünf unterrichtet wird, oder ob es Geografie tatsächlich ist oder nicht doch Geschichte, da unterscheiden sich die einzelnen Schulen. Und genauso mit Kunst oder Musik oder ob beides angeboten wird, das hängt dann tatsächlich von den schulinternen Absprachen ab. Aber Sie sehen, die Kinder haben eigentlich bei 28 Stunden zweimal einen fünftündigen Tag hier jetzt netterweise Montag und Freitag und in der Mitte, im Mittelblock dann einen sechsstündigen Tag. Danach finden dann AG-Angebote statt oder gibt es eine Hausaufgabenbetreuung oder ähnliches. Im 60-Minuten-Takt, da gibt es auch einzelne Schulen bei uns im Lübecker Bereich, sieht es ganz ähnlich aus, ist es nur ein bisschen ungewohnter zu rechnen, sage ich mal. Aber vom Prinzip her kommen die Kinder auf die gleiche Anzahl an Zeit pro Fach. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht noch spezieller ausführen. Was sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Besuch am Gymnasium? Das sind gleichsam natürlich allgemein auch Voraussetzungen für den Erfolg einer erfolgreichen Besuch einer jenen Schulform, speziell hier fürs Gymnasium noch einmal aufgeschrieben. Natürlich sollen die Kinder Freude am Lernen haben oder entwickeln natürlich auch. Gleichzeitig müssen sie sich konzentrieren können. Wenn sie es noch nicht können, müssen sie diese Fähigkeit erlernen und fleißig sein. Zusammenhänge zu durchschauen und aus diesen Beispielen dann Regeln abzuleiten, das ist so ein typisch gymnasiales Anforderungsprofil. Und, das darf man auch nicht unterschätzen, wir erwarten eigentlich von unseren Schülern, die wir an den Gymnasien dann gerne aufnehmen, dass sie auch wirklich selbstständig zu Hause arbeiten lernen und mehr und mehr die Unterstützung von den Eltern nicht nötig wird. Ja, darüber hinaus sollen sie gelernte Dinge dann auf neue Aufgaben übertragen können und Spaß daran haben, selbstständig nach Lösungen zu suchen. Als letzten Punkt haben wir den Punkt, dass sie sich auf neue Problemstellungen einlassen können. Ganz wichtig dabei ist, dass das nicht ein Paket ist, das die Kinder schon mitbringen müssen, sondern das soll möglich sein, dass die Kinder sich dahin entwickeln. Und der eine ist in dem einen Bereich schon sehr gut und muss den anderen noch entwickeln und der nächste muss es woanders tun. Die Kinder werden sich entwickeln, das ist mal sicher. Ja, welche Schulart ist jetzt die richtige für mein Kind? Wir haben hier ein, zwei, drei Blöcke als Entscheidungshilfen. Wichtig ist, beobachten Sie Ihr Kind. Also erfüllt ist die genannten Anforderungen, die wir gerade gesagt hatten. Wie sieht es mit den Noten in den Hauptfächern aus? Deutsch, Mathe und HSU. Also mal gucken, passt das? Ist mein Kind? Gehört es tatsächlich zu den Besseren dann im Klassenvergleich auch? Und noch wichtiger als das, als die Note oder die Kreuzchen, je nachdem, welche Schule Sie besuchen, haben Sie ja entweder ein Noten oder ein Kreuzzeugnis, nehmen Sie wirklich die Beratung der Grundschule ernst. Diese Schulartempfehlung, die es wieder gibt, darüber sind wir als Gymnasiallehrer sehr dankbar, ist doch sehr trefferscharf und sagt, in der Regel ist es ja so, dass die Grundschullehrerinnen und Lehrer viele, viele Stunden bei ihren Kindern haben, fast alle abbilden können und damit auch wirklich einen breiten Blick über mehrere Jahre auf ihr Kind haben. Und sollte das nun sehr auseinandergehen zwischen dem, was die Lehrerinnen und Lehrer wahrnehmen und was sie von ihrem Kind wahrnehmen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit einer Beratung am Gymnasium. Dann nehmen Sie diese bitte wahr. Da kann der Kollege oder die Kollegin vom Gymnasium sicherlich noch vielleicht den einen oder anderen Tipp zusätzlich geben. Als wichtigstes Ziel ist natürlich, dass Sie die Überforderung der Kinder vermeiden. Das Ministerium hat auch noch dazu eine Broschüre herausgebracht. Das ist jetzt hier die aus dem letzten Jahr. Die wird natürlich jedes Jahr neu herausgegeben. Die finden Sie unter Welche Schule ist für mein Kind. Wenn Sie das irgendwo in einem Suchfenster eingeben, werden Sie dahin weiter verwiesen. Kommen wir zu den möglichen Aufnahmekriterien am Gymnasium. Wir werden ganz häufig gefragt, ob Kinder, die nun reine Einsatzzeugnisse oder alle Sternchen auf der linken Seite haben, dann einen sicheren Platz am Gymnasium haben. Da können wir nur sagen, in der Regel ist das so. Diese Kinder werden dann an einem Gymnasium aufgenommen. Allerdings gibt es da auch ganz konkrete Aufnahmekriterien. Wichtig ist dabei zu sagen, dass es eben feste Strukturen gibt, die die jeweiligen Schulkonferenzen der jeweiligen Schulen auch festgelegt haben und die natürlich durch den Aufnahmeerlass festgelegt wurden. Alle Gymnasien in Lübeck haben die sogenannte Geschwisterregelung. Das heißt, wenn ein Geschwisterkind schon an der Schule ist, dann ist eigentlich die Aufnahme des Kindes sicher, allerdings nicht immer sinnvoll. Wir haben ja gerade über Eignung geredet. Schulspezifische Gründungen hatte ich gerade gesagt, zum Beispiel Sonderzweig der Schule, erste Fremdsprache oder besondere Musikalität. Da haben wir ja auch Spezialschulen, die da besonders aufgestellt sind, können ein Aufnahmekriterium sein. Die gymnasiale Eignung, die steht auch als Auswahlkriterium zur Verfügung und als letztes greift dann, wenn alle diese Kriterien gelaufen sind, das Losverfahren. Härtefälle, die müssen vor der Anmeldung bekannt sein, die werden in der Regel vor dem Standardverfahren auch tatsächlich bearbeitet. Ja, wie läuft es dann, wenn man dann zum Gymnasium schon gekommen ist? Wie läuft es dann weiter? Ich hatte vorhin auch schon mal über die Wechselmöglichkeiten gesprochen. Wie kommt man denn doch später vielleicht auch noch aufs Gymnasium? Also man kann auf das Gymnasium von einer Gemeinschaftsschule natürlich wechseln nach dem fünften oder sechsten Jahrgang. Setzt allerdings auch großes Engagement des Kindes voraus und wirklich gute Noten an der Gemeinschaftsschule. Und man kann zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich auch von der Gemeinschaftsschule dann auf die Oberstufe eines Gymnasiums wechseln, wenn auch dort ein erfolgreicher mittlerer Schulabschluss, MSA, abgelegt wurde und ein gewisser Notenschnitt da ist, kann man durchaus zum Gymnasium dann später wechseln. Wie geht es allerdings auch vom Gymnasium runter in Richtung Gemeinschaftsschule? Manchmal zwanghaft durch die sogenannte Schrägversetzung. Ich sagte vorhin, als wir über die Stufen sprachen, dass man von der sechsten zur siebten Klasse versetzt wird. Heißt, wir müssen da gucken am Ende der sechsten Klasse, ob das Kind eine Prognose erhält, die eine weitere positive Mitarbeit in der siebten Klasse ermöglicht. Wenn das nicht der Fall ist, wird schräg versetzt zu einer Gemeinschaftsschule. Und genauso wird schräg versetzt, wenn in der Mittelstufe eine Klasse wiederholt wurde und dann diese Wiederholung nicht erfolgreich ist. Dann geht es auch in Richtung Gemeinschaftsschule. Wie läuft jetzt die Anmeldung ab? Sie sitzen gerade bei einem dieser Informationsabende hier im Januar an den Grundschulen. Ab Februar informieren die weiterführenden Schulen und die stellen sich vor, in diesem Jahr wird das eher auch online sein über die Homepages, denn eine Großveranstaltung, wie das in den Jahren zuvor war, ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Individuelle Beratungsgespräche, dafür kann man sich in den Sekretariaten der infrage kommenden Schulen dann Termine holen. Auch dieses wird auf einem Zettel, den Sie heute Abend erhalten sollten, bekannt gegeben. Und dann kommt es zur eigentlichen Anmeldung. Der Anmeldezeitraum ist vom 22.02. bis zum 03.03.2021. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser kurzen Information etwas helfen und kann Ihnen nur letztendlich wünschen, dass Sie für Sie und Ihr Kind vor allem die richtige Entscheidung bei der Schulartwahl treffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.